Willkommen zu Warrantube 2012. Wir freuen uns sehr, 2500 Aussteller besuchen zu dürfen und natürlich zu sehen, welche Trends wir auch entdecken werden in den nächsten fünf Tagen. Kommen Sie mit mir! Hallo, wo sind Sie? Spanisch, Barcelona. Wir sind in India. Oman. Von Brazil. Newcastle. England. China. Portugal. Südafrika. Türkei. Taiwan. Russia. New York. Serbia, von Serbia. Von Italia. Israel. Finnland. Lithuania. Wir sind von Iran. Deutschland. Egypt. Willkommen. Ist es Ihr erstes Mal bei Warrantube? Wie viele Mal? Many Mal in den letzten Jahren. Okay. Und das ist sehr beeindruckend, weil wir neue Kunden, neue Visiten. Ich denke, das ist eine der größten Faire in der Industrie. Das ist die Möglichkeit für uns, also, zu kombinieren und mit anderen Kunden und mit anderen Kunden. Wir kommen und lernen und sehen, was ist neu und anders in die Maschinerie, die sie hier haben. Das ist der Ort in der Welt, die ich weiß. Was ist das, was Sie all of? Basically, weil der Welt ist mehr und mehr kompetitiv. Und, obviously, du musst versuchen, die die Ecke auf die Kompetitivität zu finden. So, ein Ort wie dieser Ort ist ideal, um zu finden neue Verkaufeln. Weil, das ist ein Kindes-Development, wir müssen uns aufzuhalten, damit wir können mit dem Markt kommen. Wonderful, danke für deine Zeit. All right, danke. Tschüss. 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 Tschüss.